Man stelle sich vor, aufgewachsen auf dem Land, nein nicht auf, sondern in einem Land mit K, in diesem Land, von dem man ständig hört, weil es dauernd von sich reden macht. Schlechte Nachreden, ununterbrochen schlechte Nachrichten. Ein Land mit K, in dem die Sprache eine wichtige Rolle spielte, aber die Kultur, die ganze nicht und so auch nur das gesprochene Wort und die Handschläge fiel und das geschriebene Wort zwischen den Buchumschlägen fast nichts. Die große Literatur hat dieses Land schließlich hervor, aber nicht weitergebracht. Und dort, wo Großmeister Werner K aufgewachsen ist, wo auch ich, wo wir alle irgendwie aufwachsen, nämlich in der Provinz, war das Profitstreben immer schon am brutalsten ausgelebt. Nicht wie man meinen könnte in den Großstädten, nein, denn dort sind nur die Kampfzonen des Kapitals. Menschenverachtende Ideologien wie diese sind immer schon von der Provinz gekommen und von dort explodiert worden. Und nur durch diese Gemeinschaften steckt ja schon das Wort gemein drin. Der Provinzen konnten und können sich diese brutalen Umgangsformen erhalten. Das Dorf ist überhaupt das gefährlichste, noch nicht einmal Provinz. Da müssen sich die Dörfler selbst was beweisen. Das Land überrennt langsam auch diese Stadt, aus der Werner K stammt, trennt Umfärbung, Einzug der Provinz, unaufhaltbarer Auszug der Kultur, der Intelligenz, wiederum Einzug der Prominenz, der Seenbesetzer, der Walfahrtswanderführer. Das klingt so nach Fiktion, aber ich bin mir sicher, dass das alles so stimmt.